Orbital Supermax Episode 8 Gelesen von Cecilia Wings Aus ausreichender Distanz wirkt ein Raumkampf wie sich duellierende Glühwürmchen. Die Raumschiffe verliefen sich im grellen Licht ihrer Triebwerke, weshalb alles, was man sehen konnte, nur kleine Lichtpunkte waren, die vor einer sternenklaren Kulisse hin- und herhuschten und nur gelegentlich von heftigen Explosionen unterbrochen wurden. Sie schießen die Rettungskapseln ab, sagte Nyland zu Morgan, als er verstand, was da gerade passierte. Ich vermute, das erklärt, warum wir nur auf so wenige Wachen gestoßen sind. Oder Servicepersonal, sagte Morgan achselzuckend. Dennoch müsste man doch davon ausgehen, dass sie sie lieber an Bord bringen würden, als sie abzuschießen. Sie sind doch Kannibalen, oder nicht? Es durfte schwierig werden, interstellaren Staub zu verspeisen. Schwarzer Humor, den sie jedoch brauchten. Sie hatten den Flügel mit den politischen Gefangenen hinter sich gelassen und fanden zeitweise Zuflucht in dem Frachtraum, in dem ein paar eingemottete Raumschiffe standen. Dort begegneten ihnen auch ein paar Überlebende des Angriffs. Angehende Techniker, die von Herschel Konicek angewiesen wurden, die Jäger wieder auf Vordermann zu bringen. Eine alte Cutlass und eine noch ältere Hornet. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Sir, sagte ein junger Techniker in einem ölverschmierten blauen Overall. Er hatte Nyland nicht wegen seines Rangs angesprochen, denn dieser war aufgrund seiner zivilen Kleidung nicht erkenntlich. Vielmehr, weil er der Einzige in der Gruppe war, der kein Gefängnis orange trug. Verlegen deutete er mit dem Finger, den er hinter seiner anderen Hand versteckte, auf einen der Gefangenen. Nyland nannte ihm dessen Namen. Flint. Ja, ähm, Flint. Er sagte, sie hätten vor, mit diesen Schiffen zum Sprungpunkt des Systems zu fliegen. Nyland bestätigte es ihm und merkte an, dass er ihnen ihre Pläne bereits keine zwei Tage zuvor dargelegt hatte. Ähm, ja, erwiderte der junge Mann nervös. Nun, das sind Jagdschiffe. Das heißt, sie wurden für hohe Geschwindigkeiten modifiziert. Die Stationsleitung braucht, ähm, brauchte sie, um fliehende Schiffe abzufangen. Sie können allerdings keine Quantumgeschwindigkeit erreichen. Und das heißt, sie werden sie auf halber Strecke erwischen. Hm, gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, warf Morgan ein. Geschwindigkeit ist ausschlaggebend, um eine Blockade zu durchbrechen. Er warf einen kurzen Blick auf das große, rechteckige Vehikel, das in der Nähe der Jäger stand. Von einem Schweißgerät, das für die Reparatur einiger Panzerungsplatten verwendet wurde, flogen Funken ab. Äh, was ist mit dem Transporter? Können wir den nehmen? Ähm, sicher, antwortete der Techniker langsam genug, um anzudeuten, dass das alles nicht ganz sicher war. Das bringt uns aber zu einem weiteren Problem. Keines dieser Schiffe wird fliegen. Auch mit der Hilfe von Herrn Konitschek glaube ich nicht, dass sie es werden. Selbst wenn wir die Systeme wieder zum Laufen bringen, es gibt nicht einmal genug Treibstoff, um eines der Schiffe bis zum Sprungpunkt zu bringen, geschweige denn alle drei. Morgan überdachte diese Aussage für einen Moment. Dann klopfte er Nyland auf den Rücken. Eine Geste, die für Nyland mittlerweile zu einem Vorboten des Unglücks geworden war. Nun, wie es der Zufall so will, ist unser furchtloser Anführer der frühere Quartiermeister dieser Station. Wenn also jemand weiß, wo wir Treibstoff herbekommen, dann er. Natürlich weiß ich, wo es Treibstoff gibt, erwiderte Nyland provozierend. Auf dem Flugdeck, wo er auch hingehört. Wir werden uns nur durch ein paar hundert Piraten kämpfen müssen, um dorthin zu kommen. Selbstverständlich erinnerte nicht einmal der schlagfertigste Konter der Welt die Tatsache, dass sie wirklich Treibstoff brauchten. Und nachdem Nyland ein paar Stunden über das Deck gelaufen war, kam er mit einem Plan zurück zur Gruppe. Er rief die sechs Ex-Häftlinge zu sich, die ihn schon den gesamten Weg von der Waffenkammer bis hierhin begleitet hatten und stellte schnell eine Eingreiftruppe zusammen. Hauptsächlich, weil sie für die Reparatur der Jäger nutzlos waren und etwas anderes zu tun brauchten. Hört zu, Leute. Wir brauchen Treibstoff. Kilkenny und seine Männer haben entweder alles konfisziert oder alles, was sie gefunden haben, in die Luft gejagt. Es gibt aber noch eine alternative Treibstoffquelle, die meines Wissens nach noch verfügbar wäre. Nyland bereitete sich auf Einwände vor, bevor er fortfuhr. Die Positionstriebwerke der Station. Sie haben riesige Treibstofftanks und sind immer gefüllt. Alles, was wir tun müssen, ist, eine der Kraftstoffkapseln loszulösen und hierher zu bringen. Obwohl Relic die meiste Zeit der letzten zwei Tage reichlich von den Vorräten der Station gefuttert hatte, war er noch immer der dünnste Mann, den Nyland je gesehen hatte. Er stand da mit einer Tube Nährstoffpaste und drückte sich etwas in den Mund. Er sprach, bevor er es runtergeschluckt hatte. Was, wenn wir die Station nicht verlassen wollen? Das brachte Nyland aus dem Konzept. Was? Naja, wir könnten hierbleiben. Wir haben genug Lebensmittel und Wasser und das Schott könnte versiegelt werden. Sobald dieser Kilkenny den Mann findet, nachdem er sucht, werden die Novodox verschwinden. Bevor Nyland dazu kam, fing Morgan an zu sprechen. Verstehe ich das richtig? Ein Haufen Gefangene, die nicht aus dem Gefängnis fliehen wollen? Ich weiß, vorausschauendes Denken ist nicht deine Stärke, Relic. Aber wie lautet dein Plan für die Zeit nach Kilkenys Verschwinden? Auf die Behörden warten, um zurück in deine Zelle zu wandern? Was, wenn Kilkenny die Station gar nicht verlässt, he? Er wird die Station auf der Suche nach diesem Martin Browning auf den Kopf stellen. Und wenn das bedeutet, einige Türen aufbrechen zu müssen, wird ihn diese Versiegelung hier nicht aufhalten. Relic war unverdrossen. Da muss eben jemand diese Jäger bewachen. Er setzte sich wieder hin und verschränkte die Hände hinter seinem Kopf. Wir werden auf sie aufpassen, bis ihr zurück seid. Ein anderer Gefangener, tätowiert mit Glatze, Bauchansatz und Stoppelbart, erhob sich langsam und unheilvoll. Flint war der Mann, den die Techniker am meisten fürchteten. Und das aus gutem Grund. Er sprach nur selten. Aber wenn er es tat, klang alles, was er sagte, furchteinflößend. Ich traue den beiden Kerlen nicht zu, dass sie das alleine schaffen. Und ich traue euch Kerlen nicht zu, diese Schiffe zu bewachen. Wir gehen mit ihnen. Und ich werde jeden Mann umbringen, der das Gegenteil sagt. Selten war Nyland einem verurteilten Mörder so dankbar gewesen. Unter seinem wachsamen Blick wurden die fünf verbliebenen Ex-Häftlinge aus ihrem Unterschlupf zum Aufzug geführt, damit die Techniker und Herschel Konitschek in Ruhe ihre Arbeit erledigen konnten. Glaubst du, sie werden noch hier sein, wenn wir zurückkommen? fragte Nyland morgen. Das werden sie, antwortete er. Auf Herbie ist Verlass. Herbie war verrückt, aber Nyland traute Morgan, und das bedeutete, dass er im weitesten Sinne auch dem Irren traute. Sie befanden sich genau in der Mitte zwischen den beiden Positionstriebwerken. Um eines davon zu erreichen, mussten sie das Besucherzentrum passieren, und Nyland war sich ziemlich sicher, dass Kilkenny dort seine Operationsbasis aufgeschlagen hatte. Die Idee, Relic und seine Kumpels direkt unter der Nase des Anführers der Novadox und seiner Männer vorbeischleichen zu lassen, fand er nicht sonderlich reizvoll. Außerdem jagte ihm Kilkenny eine heiden Angst ein, also strich er diese Idee von seiner Liste. Schließlich stoppte der Aufzug und eine Anzeige blinkte auf, dass der Schacht blockiert war. Sie öffneten die Türen und hörten ein Zischen, als die Luft in das Vakuum des Weltraums gesogen wurde. Sie befanden sich zwischen zwei Etagen. Nyland konnte nur den unteren Teil der Buchstaben erkennen, die das Wort Kommando auf der Seite des Schachts bildeten. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Die Männer warfen ihre Waffen durch die schmale Öffnung und kletterten einer nach dem anderen in das Kommandodeck hinauf. Nyland war hier bereits zahlreiche Male gewesen. Er konnte hören, wie einige der Gefangenen pfeifend ausatmeten. Der OSP-4 war kein kleines militärisches Schiff mit einem engen, geschlossenen Raum. Das Kommandodeck sah eher wie ein Flur in einem Bürogebäude aus. Zahlreiche Videobildschirme hingen an den Wänden, wobei die meisten durch die explosionsartige Druckabnahme zertrümmert waren. Scherben aus durchsichtigem Plexiglas trieben durch die Schwerelosigkeit wie Wassertropfen aus gefrorenem Regen. Regenbögen erschienen an den Wänden, als das Licht der nahegelegenen Sonne durch einen gezackten Riss in einer der Wände schien. Nyland ging weiter und spürte bei jedem Schritt eine schwache Anziehung durch seine magnetischen Schuhe. Er hörte Morgan verzerrt über Funk. Das ist es also? Die ganze Station wird von einem Haufen Sesselfurz angeleitet? Relic klang genauso beleidigt. Das ist eine Kaffeemaschine! Er gab dem beleidigenden Haushaltsgerät einen Stoß, wodurch es sich um seine Achse drehte und dabei Kristalle aus gefrorenem Kaffee und Sahne verlor. Ich habe es verstanden. Man achtet nicht auf den Mann hinter den Kulissen und so weiter. Können wir jetzt weitergehen? Nyland ging zu dem Loch in der Wand und stoppte. Ein blauer Uniformstoffwetzen hing an dem verbogenen Metall. Darunter trieben die schockgefrorenen Teile einer Person. Er wandte seinen Blick ab, bevor er erkennen konnte, wer es war. Stattdessen achtete er darauf, in gebührendem Abstand aus dem gezackten Loch nach draußen zu blicken. Es war lediglich die konvexe Form der Schubdüsen erkennbar. Er drehte sich rechtzeitig wieder um, um zu sehen, wie Flint mit der Rückseite seiner Hand eine Tastatur berührte. Hey, sagte Nyland ein wenig zu energisch. Er erinnerte seinen Tonfall schnell, als ihm einfiel, mit wem er da sprach. Das mag vielleicht wie eine Büroetage aussehen, aber eigentlich ist es das Nervenzentrum eines Hochsicherheitsgefängnisses. Es gibt hier Sicherheitsmaßnahmen. Gefährliche Sicherheitsmaßnahmen. Denkt daran, die UII verhandelt nicht mit Terroristen. Er konnte Flints Gesicht durch die Kuppel seiner Frontblende kaum sehen, seinen Gesichtsausdruck kaum erkennen. Aber er nahm seine Hand weg. Plötzlich piepste Nylands Kommen auf und ein rotes Licht begann in seinem Helm aufzuleuchten. Was hast du getan? fragte er Flint. Dieser zuckte mit den Achseln. Eine tiefe Stimme kristallisierte sich aus dem Rauschen. Eine Stimme so blechern, als ob der Mund, der sie sprach, nicht richtig funktionierte. Bewohner von Orys P4. Ihr habt mich sehr enttäuscht. Das ist Kilkenny, sagte Relic. Weiß ich, halt die Klappe. Ich hatte gehofft, es gäbe hier unter euch einen Mann, der sich über seinesgleichen erheben wolle. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die natürliche Selektion scheint ein langsamer und lästiger Prozess zu sein. Also gebe ich jetzt das Signal und teile euch damit euer Ende mit. Falls Martin Browning seinen Tod nicht wie ein Mann empfängt, werde ich ihn ihm wie ein Gott liefern. Die Beleuchtung in Nylands Anzug flackerte kurz und erlosch dann ganz. Unerwartet hob sich auf einmal ein Teil des Bodens und katapultierte Relic in die Luft. Seine magnetischen Stiefel hielten für eine spärliche Sekunde, gaben ihn dann aber frei und ließen ihn eine unkontrollierte Rolle machen. Da ihm alle aus der Gruppe zusahen, bemerkte keiner den Waffenturm, der aus dem Bodenstück fuhr, welches Relic in die Luft geschleudert hatte. Vielleicht hatte Kilkenny die Abwehrmechanismen des Gefängnisses aktiviert oder Flints Berührung der Tastatur hatte die Dinge ins Rollen gebracht. Es war egal. Nyland hatte gerade seine Augen gesenkt, um den Knopf zu finden, mit dem das Kommen aktiviert wurde, als er bemerkte, wie sich der Geschützturm in die Richtung von Flint drehte. Der Schuss fiel unglaublich schnell und er konnte die Verwundung von dort, wo er stand, nicht erkennen. Flints Unterkörper blieb mit seinen Magnetstiefeln am Boden verankert. Sein Oberkörper jedoch fing an, herumzutreiben. Wir müssen weg, rief Nyland. Er griff sich die treibende Kaffeemaschine aus der Luft und schleuderte sie in Richtung des Geschützturms, in der Hoffnung, er würde sie verfolgen. Morgan schnellte herum und wusste genau, was er da sah. Los, 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 los! Er feuerte einige Schüsse auf den Turm ab. Allerdings waren die Waffen, die die Tevarinien übrig gelassen hatten, bestenfalls minderwertig und schafften es nicht, seine Panzerung zu durchdringen. Blitzartig fuhr der Turm herum, feuerte dreimal auf die Kaffeemaschine und hinterließ nicht mehr als einen Sprühnebel aus geschmolzener Schlacke. Nyland erreichte den Aufzug, warf seine Waffe durch den schmalen Spalt und rutschte dann selbst hindurch, indem er sich durch den schmalen Raum zwischen den Etagen drehte. Seine magnetischen Stiefel hakten sich automatisch am Fußboden des Aufzugs ein und zwangen ihn zu einer schnellen Duckbewegung, als Morgan ebenfalls durch die Öffnung gerutscht kam. Zusammen zogen sie zwei weitere Männer in den Aufzug. Als niemand mehr kam, riskierte Nyland einen kurzen Blick über die Kante der Etage. Drei Körper wirbelten mit durchlöcherten Raumanzügen durch die Luft des Kommandodecks. Der Geschützturm schwenkte in seine Richtung und plötzlich starrte er für einen beängstigenden Augenblick in dessen Lauf. Schnell duckte er sich und hämmerte auf den Abwärtsknopf.